Da ist es. Das alte Schwimmbad. Da sind die Friedberger extrem stolz drauf. Ein bisschen in die Jahre gekommen, das alte Mädchen, aber noch ganz schick. Ich bin mit dem Andreas verabredet. Er hat gesagt, komm einfach rein. Und dann zeigt er mir das mal und erklärt mir, warum man auf das Gemäuer stolz ist. Andreas? Hallo Tobi. Hallo, bin ich richtig. Servus. Schön, dass du hier bist. Servus. Ist ja hier ein würdiger Bau. Absolut. Ich habe Ihnen ein bisschen schändlich gesagt, es ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Naja, also das ist ja auch im 19. Jahrhundert gebaut worden. Insofern mag man der alten Lady auch so ein bisschen... Ich habe eben auch gesagt, es ist alte Mädchen. Ganz genau. Soll ich dir mal so die Highlights vorstellen? Ja, na klar. Sehr schön. Dann können wir einfach mal in den Keller gehen und dort finden wir dann natürlich den Zugang zum alten Hallenbad. Also tatsächlich dann zur Schwimmhalle. Ihr seid immer noch im Umbau? Ja, wir haben 2012 erst angefangen und sind jetzt im Prinzip so weit, dass wir in die vierte Baustufe reingehen, die dann auch endlich eine Heizungsanlage haben wird. Und das ist das alte Schwimmbad. Das ist ja geil. Genau. Das Ganze ist hier auf Stählen abgestützt, wie du siehst, damit das auch, das ist der Denkmalschutz, jederzeit wieder zurückgebaut werden kann. Und hier oben drüber ist jetzt der Saal mit der ganzen Bestuhlung, mit allem drum dran. Warte mal kurz. Das heißt, hier wäre der Übergang gewesen vom Nichtschwimmer in den Schwimmerbereich. Richtig, genau. Das ist ja cool. Ich habe noch nie in einem Hallenschwimmbadbecken gestanden und es passiert was, ne? Genau, das ist das Wichtigste. Das hat ja 30 Jahre lang brach gelegen und hat jetzt die Gelegenheit, wieder zu einer neuen Blüte zu erwachsen. Das Mädchen steht auf. Dann gehen wir mal nach oben. Ja, und hier kommen wir dann gleich über den Backstage-Raum in die Bühne rein. Backstage, ah. Genau, und die Bühne, die haben wir dann hier, die ist im Moment gerade für die Oper vorbereitet. Ja, und das sind die Bretter, die die Wetterauer und Friedberger Welt bedeuten. Und jetzt stehen wir über dem Schwimmbecken. Jetzt stehen wir fast über dem Schwimmbecken. Das Schwimmbecken endet quasi hier, wo auch dieses blaue Becken endet. Früher war hier hinten so ein Sprungbrett gewesen, mit dem man dann ins tiefe Becken rein konnte. Ja, und Duschanlagen waren hier an der Seite und jetzt sind halt Künstler an der Seite. Was hast du mit der Bude zu tun? Ich spiele Theater zum Beispiel, im Heldentheater hier in Friedberg. Wir haben jedes Jahr Aufführungen hier drin und ich mache Poetry Slam. Wir haben unsere Wetterauer Kreismeisterschaft regelmäßig im Dezember hier drin. Wer machst du mit? Da mache ich als Moderator mit, aber ansonsten als Poetry Slammer natürlich auch. Hast du eins da? Ja, klar. Klar kann ich was über die Wetterauer vortragen. Das wäre ja ganz gut. Ja, sehr gut. Komm, warte, ich mache Publikum. Sehr schön. Okay. Okay, dann, wenn Verzehrer wilder Weintrauben, Weintrinkern Weintrauben und Wanderer sich darin messen, Bärenbüsche blank zu fressen, wenn Blicke über Felder streifen, auf denen nichts als Raps und Rüben reifen, bist du in der Wetterau. Land ohne Sorgen im Schutz großer Berge, Zentrale in Europa und fruchtbare Erde, Wälder, Wiesen, Vorstadt, Klunker, Windkraft, Meistfeld, Luftschutzbunker, Kornfeld, Ecker, Landhaus schick, Kirschen, Erdbeeren, Taunusblick. Wetterau, so mag ich dich und schleife gern durch deine Felder, doch bist du ganz sicherlich viel mehr als deine Wälder. Wenn ein Studienfreund mich fragt, der sich selbst schon nach Berlin gewagt, wo für meilenteil ich Hause, sag ich, noch nie hier draußen. Wetterau, wo über Feldern und Wäldern gelegentlich ein Flugzeug fliegt und irgendwo im Nirgendwo immer noch bei Frankfurt liegt. Wetterau, ich mag dich. Dankeschön. Ich dich auch, Wetterau. Ach, wie schön. Saugut, oder? Schönes Ding. Ja. Ich wäre ein bisschen bemühtig beim Zuhören, habe ich gemerkt. Genau, ich lebe gern hier. Ach, toll. Andreas, vielen Dank. Jawohl. Hat mich gefreut. Für Vortrag und Einblick. Sehr, sehr gerne. Sag mal Bescheid, wenn wir in die nächsten Veranstaltungen kommen. Komm mal rum. Gerne. Mach's gut. Dann ciao. Wie vielfältig Friedberg ist, oder? Und so nette Leute.